Wer einen Impftermin zugewiesen erhalten hat, der an die Arbeitszeit fällt, der hat Anspruch darauf, bei vollen Bezügen von der Arbeit freigestellt zu werden. Die Freistellung umfasst natürlich auch den Weg hin zum Arzt- oder Impfzentrum und zurück an den Arbeitsplatz. Aktuell gibt es in Österreich keine gesetzliche Impfpflicht. Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht von mir verlangen, dass ich mich impfen lasse. In diesem Fall hat der Arbeitgeber, wenn es um Covid-19 geht, mich wie den Ungeimpften zu behandeln, sprich Testen, Abstand, Maske, je nachdem, was die aktuelle Verordnung gerade anordnet. Da es aktuell keine gesetzliche Impfpflicht gibt, muss ich dem Wunsch des Arbeitgebers, mich impfen zu lassen, nicht nachkommen. Sollte der Arbeitgeber meine Weigerung zum Anlass nehmen, mich zu kündigen oder zu entlassen, so kann dagegen mit einer Anfechtungsklage vorgegangen werden. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Geimpfte haben gegenüber Ungeimpften den Vorteil, dass sie eine Impfung erhalten haben. Aus diesem Grund sieht der Gesetzgeber in den Verordnungen Erleichterungen für Geimpfte vor.